Übermotiviert war er da. Bingo! Tipp Schoenborn! Krass die Gäste! Achtung, Schoenborn, zweite Folge! Jupp! Warum denn nicht? Mit der Zone ein bisschen Probleme, gerade wenn sehr viele junge Leute dabei sind. Tipp Schoenborn for three again! Das Ganze entwickelt sich hier zum Shootout, wenn Schoenborn auch noch trifft. Ja, gut! Schoenborn! Richtig! Ja! Schoenborn! Ja! Aber sie sind eben nicht nur eine Offensivmaschine, sie haben sie gestatten auf nur 71,3. Schoenborn! Bingo! Bingo! So frei darfst du Tim Schoenborn nicht stehen lassen. Müsste natürlich jetzt ruhig sein und das Ganze genauso. Ganz ruhig sein! Tim Schoenborn zieht einfach mal ab! Schoenborn! Schoenborn! Ist der Meinung? Ja! Ist der Meinung? Ja! Schoenborn! Ja! Jonny on the spot! Von Tim Schoenborn mit dem zweiten erfolgreichen Dreier geknackt hier! Schoenborn! 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 Da nimmt er den! Tim Schoenborn ist on fire! Aber das wird sich im Laufe des Spiels erzeigen. Tim Schönborn hits a 3-point-shot. Gut aufgepasst von Schönborn. Schönborn lauert, den nimmt er. Und den macht er! Tim Schönborn ist da! Von jedem Satz der 3er-Linie. 13% Trefferquote. Auf der anderen Seite ist Johnny on the spot, Tim Schönborn. Ja, der ist früh, aber der ist gut, Tim Schönborn. Ob sie das vorgeschrieben bekommen oder einfach tief machen, keine Ahnung. Das will ich kein Schiri. Schönborn, will er. Und macht er! Wieder 2-13, also scheint so zu sein. Schönborn mit dem nächsten Versuch. Und jetzt passt er. Schönborn, nicht auch noch, oder? Oh! Stark! Das ist schon stark, was Tim Schönborn für eine Saison spielt. Wirklich stark!